Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir einen kleinen Vergleich zwischen den D-Böllern von Diamond, meiner Meinung nach fast die besten auf dem deutschen Markt, und den roten Quasar von Fire Event. Wir machen einen auf der Straße von beiden jeweils, einen im Wasser. Viel Spaß! So, wir beginnen mit dem China-Böller D von Diamond. Viel Spaß! Boah, heftig, heftig für deutsche Ware. Ja, glatter Durchschuss. Und dann machen wir jetzt den roten Quasar von Fire Event hinterher. Viel Spaß! Ich würde sogar sagen, der hat sogar noch extrem den D-Böller überwogen, überwiegt. Vielleicht nennt man das, keine Ahnung. Und jetzt mal im Wasser. So, wir beginnen auch hier wieder mit dem China-Böller D von Diamond. Boah! Nicht schlecht. Und jetzt den roten Quasar von Fire Event. Scheiße, nicht im Wasser. Nicht schlecht. Weiß nicht, ob man es hört, die Polizei kommt auch schon. Nein, Spaß, das ist ein Feuer, äh, Krankenwagen. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao!